Ich danke allen, die gekommen sind. Danke ganz voran nochmal Attac auch, ohne die vieles hier nicht organisierbar gewesen wäre. Danke Camp Peck, die uns bei den Ideen und intensiv geholfen haben. Und auf der anderen Seite natürlich auch den Naturfreunden, die ganz aktiv waren. Euch allen danke, dass ihr so durchgehalten habt. Wir alle waren begeistert gewesen von der Menschenkette, die wir bereits schon um 13 Uhr gebildet hatten. Über 600 Berlinerinnen und Berliner hatten sich beteiligt. Das war der Auftakt, damit wir den Parteien und den politisch Aktiven deutlich machen, wir werden im angehenden Bundestagswahlkampf einfordern, dass endlich Umverteilen in diesem Land auf die Tagesordnung kommt. Und zwar nicht wie die letzten 20 Jahre, Umverteilen von unten nach oben, sondern endlich andersherum Umverteilen von oben nach unten. Dabei wissen wir natürlich, dass das nur ein Aspekt ist, um Gerechtigkeit durchzusetzen. Viele von uns gehen weiter, deshalb danken wir auch dafür, dass Blockupay zu uns gekommen war, dass Wied den internationalen Aspekt aufgezeigt hat, dass wir auch gemerkt haben, was man sehr niederschwellig tun kann, beispielsweise im Internet. Euch allen vielen Dank, dass ihr gekommen seid und für die Polizei gesprochen, als guter Anmelder. Die Veranstaltung ist geschlossen. Vielen Dank. Vielen Dank.